So, hallo an alle, zur nächsten Folge von League of Legends. Dieses Mal ein bisschen später gestartet. Wir sind mal ein bisschen am diskutieren. Achso, brauchen wir fünf Booster-Spieler wechseln, okay. Ja. Äh, ja, wir haben hier eine interessante Champion-Konstellation gerade. Wir wissen nicht, wo die gegnerische Sona ist. Ja, Mitte. Oder die beiden wollten Support picken und konnten sich nicht einigen, wer Support geht. Na, Sona ist Mitte. Schön. Aber, ähm, falls ich hier gut klarkomme, geht, komme ich hoch und helfe dir aus. Die hat kaum Magic Assist, ist cool. Sona ist kein typischer Midlaner. Ich sollte Foto haben, eigentlich, aber ein Assi-Pog hatte. Ich warte noch auf Level 2. Letze. Hä? Gesehen? Ja, war halt lustig, ne? Das ist halt, äh, das, was ich mir, äh, angelernt hab. Das ist ein cooler Trick. Du guckst, dass du das erste Minion kriegst, vor dem Gegner, bevor du auf der Lane bist. Das heißt, du hast einen XP im, äh, die Sona, was war das? Ja, das ist mal leblanc. Ähm, du hast, du bist ein Minion im Vorsprung und sobald du vor der Level 2 bist, gehst du einfach hin und du hast die Feuer runtergepockt mit deinem Kuh. Du skillst instant den W-Spell und springst ihn auf sie drauf und haust dir, knallt drauf, die sofort tot. Oh, leil, der Ringer. Boah, ich, lastet oder gut? Alter! Warum kann ich dich lastet? Leil, ich hab den aus Versehen getroffen. Aus Versehen? Hast du einen Kill dabei gekriegt? Dann geht er. Nice! I like how this is going. Hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Äh, woher die auf den Fuhläfer? Ja, was würdest du sagen? Brutalizer als erstes, ja, ne? Ja, ja, die hat's, glaub ich, geschnuppert, dass ich... Wow, ein Hit! Eins. Die andere Wind. Ich weiß nicht, ob die noch hat. Ich hab nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich war drauf konzentriert, dass ich wegkomme. Ich weiß nicht, ob die Hände geflasht. Sorry. Nö, hat's anscheinend nicht gehabt. Hey, on my way. Joa, gut. Fahren geht mal. Ich hoffe, sie kufft sich gleich jetzt erst, dass Magic es ist. Geil. Ah, fuck! Are you certain? Ups. Nee, verpasst du auch ja. Das hätte ich gerade fast sehr hart verkürgt. Äh, Brutalizer als erstes, oder, Bernie? Oder was sollst du auf Top-Lane immer? Ach, scheiße. Oh, Brutalizer. Ich glaube, es ist Brutalizer. Und... Ähm, okay. Soll ich mir denn noch? Schon mal ein langes Schwert. Oh, scheiße, mit dem Last jetzt kommt ich ihm gar nicht klar gerade. Oh, reich nicht. Noob-Else? Mein Gott, immer diese Noob-Elsen, ne? Unglaublich mit denen. Oh, Vlad, du lebst gefährlich hier. Boah, ich lebe auch gefährlich. Ja. Oh, ho, ho, ho. Ja, das, das, das war gerade gut. Ah, das war mal ein Leben lang. Aber Alter, ich verfehle gerade jedes Crew. Den musste ich gerade schreiben. Man tritt immer schön nach. Soll ich ja nichts gesagt. Ja, das läuft doch. Schön. Bot-Claim, äh, Bot-Lane kommt auch ganz gut klar, so wie es aussieht. Bei dir müssen wir vorbeikommen. Ich habe gerade die Sohne hier. Hm. Oh, man, ich habe zu spät gesehen, sorry. Ich war noch am Dingsen. Oh, echt? Der läuft da lang. Tut mir leid, zu spät gesehen. Ja, ich bin noch mit Doppel-Ult rein. Die Ulti macht so viel Schaden von dem. Ich habe kein Livestill. Ich bin mal gespannt, vielleicht leichtes Game hier. Es läuft ja ganz gut eigentlich. Als erstes übrigens hoch als Folge. Das zweite, ich will es auch noch mal mit Blanc sein, das haben wir im Voraus aufgenommen. Da lief es natürlich nicht so gut, also. Ah, ja. Ich habe gerade da verkackt irgendwie. Ich habe den geultert und dann meinen Kufa, äh, verkackt. Schon wieder. Pff. Ich bin so ein Scheiß-Lie irgendwie. Keine Ahnung. Auf Top komme ich mit dem gar nicht klar. Scheiß-Lie? Ich weiß nicht, auf Top-Lane komme ich mit dem nicht klar. Oh. Vlad ist halt auch so ein komischer Champ, ich weiß nicht. Ich habe den, glaube ich, mal angetestet, als er mal für so Play war. Ich habe den nicht so gemocht. Ich mag den auch nicht. Ich habe den irgendwie... Ich bin irgendwie ungefähr wie ein Streichholz jedes Mal. Nicht nur du. Und wenn der Gegner den spielt, dann ist der immer so, ne? Ja. Nice, what? Boah, komm schon! Zwei, eins. Danke. Danke. Tricky, aren't you? Warum macht der Schaden? Oh, das hasse ich so. Das hasse ich so bei dir. Warum bin ich jetzt geflasht? Ich bin so doof. Ich weiß es nicht. War nicht, ich brauche Hilfe. Der heilt sich zu krass hoch irgendwie hier. Also, nur so nebenbei für den. Wir sind hier zu Dritt-Premates gerade. Unsere Jungler, Lisa und Top-Land-Lise. Weil wir haben noch einen stillen Mitspieler, der in den Schatten spielt. Bonnie, Hilfe, ich brauche es jetzt. Der darf mich weg. Der hat zu viel Lifestyle. Ich komme gleich hoch. Jetzt. Ich komme hoch. Die Sonne kann eh gerade eh nicht viel machen. Der darf mich nämlich jetzt. Wahrscheinlich. Und ich habe kein Ulti. Auf mein Weg, auf mein Weg. Ich glaube auch, der hat nicht gewartet. Ja, ja. Ich komme. Wenn du jetzt was machen könntest, wäre es super. Noch im Weg. Ja, okay. Jetzt hat er, genau. Ja, danke, 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 dass du jetzt Geos hast. Ja, echt. Ey, den hättest du mir lassen können. Jetzt kommt wieder unsere Spinne hoch. Das war jetzt auch wieder so ein Reflex. Jetzt nimmt er mir alle Lastsits hier weg. Du bist so ein Lane-Farm-Stiler, das ist unglaublich. Wieso steht es 18-1? Letzt das bitte nicht hoch. Was zur Hölle? 18-1 für uns, ne? Es ist ja... Pulla. Mein Gott. Jetzt habe ich ein kleines Ruflähmchen. Wow. Na, es geht. Ich habe kein Gold. Das stört jetzt. Nein. Das ist was gerade. Das ist so scheiße eigentlich. Das ist so von dem Outplay, das nervt. Das ist so von dem Outplay, das ist so von dem Outplay. Ach so, auch schon 4-1, was geht denn ab? Ja, die ganze Zeit schon. Ich frage mich nur, wo der Pisser jetzt oder dahin ist. Ich weiß nicht, irgendwie ist der weg. Ich glaube, der ist auch auf. Das ist doch ganz cool. Ja, da ist er. Ich will die Sona töten. Ja, die macht schon Schaden. Man sieht, die Sona ist auch ein ausgeglichener Champ wie jeder andere auch. Also die haut mir auch ordentlich rein. So ist ja nicht. Die weiß, dass ich hier will? Nein, ich glaube nicht. Gehen wir zu dritt rein. Boah, gut. Oh, oh. In die Süd. Wo kam unser Pantheon auf einmal her? Äh. Gute Frage. Ich habe gedacht, hier den Hengsten. Nein, siehste. Und da kommt der Lane-Minion-Stealer. Uh. Selbstes Prinzip, wo du die oben gerade beschwert hast. Eins. Dass es jemand bei dir macht. Ja, ja, ja. Aber selber. Aber selber. Wo ist der Vlad hin? Oh, der ist da unten. Der ist so nervig, dieser Champ mit seiner scheiß Pfütze. Keine Ahnung. Wir lieben dich. Ja, ja. Sie mag sich auch. Gott, ich bin der schlechteste Lissinn gerade, den es gibt. Nee. Gibt bestimmt. Also, es ist so nah. Bloß, wenn wir einen Jump weg haben, heißt das nicht, heißt kein Schaden nach. Ja, 21-1. Würde ich sagen, ist ein gutes Game. Oder Vergewaltigung. Oder wie man es auch nennen möchte. Ja, ich finde es halt so ein bisschen... Und der Einzige, der den Kill abgegeben hat, wäre natürlich, oder ich? Ähm, Vlad ist mit. Ich will den haben. Den Vlad. Nee, als ob ich will den haben. Ich will den Kill auf dem. Das ist mein Base. Uh, der Karte geht um den. Äh, wo ist der hin? Tod. Bani hat ihn gekillt. Wo ist der? Report Tarek verfied. Mach die Schaden. Was zur Hölle? Mach die für'n Schaden. Ja, ich sag dir, Sona ist ausgeglichen. Sona macht Schaden. Sona ist richtig stark eigentlich. Lol. Wieso bin ich noch ein Jack? Hä? Du hast einen Kuh geworfen, hast einen Kill gekriegt. Das ist gar nicht einfach. Ja. Ja, das kann ich. So eine Kuh werfen, das dann halt irgendwie, warum auch immer trifft. Ja, irgendwie den Rengar hast du vorhin doch auch getötet, ohne dass du es wolltest. Nee. Du hast doch gesagt, oh, wollte ich. Ich hab gedacht, ich hätte das Kuh auf ihm getroffen. Hatte ich aber nicht. Ich hatte es auf dem Vlad getroffen. Der Rengar ist dann umgefallen durch ein Autohit. Dann hab ich gedacht so, hey, Moment, wieso kann ich denn Resonating Strike jetzt machen? Ich tut drauf und fliege bis zum Vlad hin. Dann hab ich mir so, oh, was ist jetzt los? Handt ihr unspringend? Zum Drake. Oh, das hat sich jetzt gelohnt. Irgendwie gegen, irgendwie gegen jeden, gegen jeden anderen Champion hätte ich jetzt gerade einfach hart snowballen können. Irgendwie, die Lane halt hart alleine dominieren können. Aber gegen den Vlad komm ich partout nicht klar. Ich weiß nicht, warum. Ah, Vlad ist halt ein Monster. Der hält sich die ganze Zeit hoch und wenn du halt runter pokest, dann hält er sich einfach wieder voll und dann ist fertig. Und der wird eh auf Full Life gehen, weil durch Live kriegt der, glaube ich, AP oder so. Ich hab den nicht gespielt. Diese Sache kenne ich nicht so. Oh, da ist er wieder so. Oh, da, pfft. Oh, wie ich meine, das ist für die Dreck gekommen. Leute, die Supporter. Lass sie sich betteln. Mein Gott. Ich will noch einen Red Buff haben. Meinst du, hier ist einer? Keine Ahnung. Mäh. Hör auf den Counter-Jungle. Der ist doch eher auf K. Nachhänge war Jungle. Kätzchen war Jungle. Okay. Vielleicht wollte er auch den Free-to-Blaid-Jambler ausprobieren. Von daher. Oh, ist der Ulti rausgesprungen. Sona. Sieh das? Du musst mal. Haha. Ich mag Lipnow. Vor die Mauer. Killen. Zurück vor die Mauer. Tarek, du tankst. Ein Tank-Rick. So, ich muss aus dem Tauros flashen. Nein, Sona, du kriegst mich nicht. Mich auch nicht. Ich muss doch noch kurz warten. Jump. Das ist ein cooler Skin. Jump-Style LeBlanc. Flitz-Crank ist auch da. Der lacht. Der macht sie uns lustig. Das wird sein. Ich schlafe mal kurz mein Camping-Zelt auf. Das ist ein Zelt? Camping-Zelt. Ja, ich glaube, wir so stehen. Vielleicht kommt der noch vorbei. Die in den Jungle will. Tra-la-la-la-la. ich habe noch keine höheren boots ich stehe vor den mauren, keiner kommt raus ja die sind beschäftigt alle oder die Sinusona, Flitzcrank ja die stehen halt da und Vlad ist beschäftigt mit AFK sein oh dann machen wir Baron, ich sehe nur Sona irgendwie dran 27 zu 3, heftig ob ich die Sona mit einer Kombi one shoten kann? bestimmt, die fällt um den Streichholz, sie hat 0, ne 1 11, 1 11 hat die die wurde ziemlich vergewaltigt ja, gefällt bei meiner Kombi, schade ohja oh lol wo ist der Blitz, wo ist der Blitz? da oben läuft er Richtung Baron ich habe den nicht gekühlt bekommen mit einer Kombi ha sogar er schreibt da oh sorry, jetzt musste ich mal kurz schreien wo war der denn? hast du da einfach nur hast du einfach nur der warte warte boah jetzt habe ich hier den Dings gelegt der stand hier drin, hat sich weggeportet mein Gott ich habe überlegt, wo ich mich hinstellen würde zum Backporten pfff so da oben wahrscheinlich irgendwo ja das war echt äh ein bisschen Rape das war sehr enttäuschend ja aber so Spiele muss es jetzt ausnahmsweise auch mal geben und äh ja ich werde das zuerst mit dem Blanc hochladen danach jetzt kommt noch ein Gameplay wir haben noch ein weiteres aufgenommen da wurden wir ein bisschen im Mangel genommen da hatte ich ein paar Probleme mit einer Oriana die hat mich irgendwie total auf Abstand gehalten da konnte ich gar nichts mehr machen und äh das war ein bisschen heikler so ein bisschen länger als das jetzt hier gespannt, schaut rein man sieht sich ansonsten und damit danke fürs Zuschauen danke auch dass ihr beiden dabei wart und tschüss